Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dome und das am 6.06.2019 Ja, wir sind hier in so einem richtig geilen Level-Design gelandet und ja, wenn euch dieses Level-Design gefällt, lasst einfach mal eine Bewertung rüber wachsen und weiter geht's hier. So, wir wollen uns erstmal hier mal ein bisschen umschauen. Trinken wir mal rein. So, ich sehe schon, das sieht schon cool aus. Ähm, brauchen wir denn noch was? Ich guck mal hier. Nö. Wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben. Was ist das aber für eine Tür? Generell. Ähm, ja, ich hab das einfach mal vor ein bisschen dumm mit euch zu zocken. Ich brauche sowieso, ähm, fünf Parts aktuell. Ich schau mal mich hier um. Ja, da sehe ich doch schon eine Rüstung. Komm ich da überhaupt hin? Moment. Ne, da komm ich gar nicht hin. Hä? Da oben. Ich geh nochmal zurück. Komm, komm ich da hin. Nö, geht er gar nicht. He, he. Naja, ich muss es rausfinden. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ähm, Ja, wir gucken mal mal hier. Hopp. Komm mal da. Da können wir auch noch hin. Alles klar. Das ist eine Rüstung mitnehmen. Da hin. Machen wir da irgendein Glorikel. Ich weiß nicht. Den Moment. Ich hab Spaß am töten. So, zack. Und, zack. So, nur mal eine Kettensäge. Komm her. Genau, richtig. So. So, pack mal wieder weg. So, weg mit dem. Prima. So, down. Und, da oben ist die Rüstung, die wir haben. Da komm ich auch ran. Und, jo. Komm ich. So, als nächstes der unten. Ist der überhaupt was? Ne, da drüben. Ach, ne. Was bist du, Revenant? Ich kümmere mich mal um dich da oben. Komm her. Ich betäub dich. Und tschüss. Sind der noch mehr Dämonen oder so? Ja, alles klar. Und tschüss. Vielleicht war ich ja eigentlich noch nicht fertig. Deshalb müssen wir mal hier uns noch umkoppeln. So, da hoch. Da komm ich rüber. Oder? Nein. Komm, nein. Ah, nur weil ich das wieder nicht peile, diese Sprünge. Ich hasse die Sprünge. Ich will die Pest. Kann man da gar nicht anders sagen, wenn sie so... Naja. Lade, lade bitte. Ach, hier komm ich ja her. Och, Mann. Mann, wo? Warum denn? Komm schon. Ja, den da unten nehme ich mir vor. Und tschüss. Noch mehr Doom Action? Oh, mehr Kerl. Ich zerweg dich. Das gibt einen schönen Massaker. Schöne Blut. Warte mal. Oh, schütt. Nein, ich bin schon wieder tot. Warum müssen wir jetzt wieder Kinder rumschwellen? Was soll das? Ganz ehrlich? Entschuldigung, aber das nervt gerade, wenn man hier aufnimmt. War total. Ich hab so Feiern von meiner Arbeit. So, was war? Es fing an zu schütten. Das geht nicht mehr. Und... Donnert das, wie verrückt. Aber... Das ist natürlich echt um einiges abgekühlt. So im Nachhinein. So ein Penner. Ich hole mir nochmal die Roste. Da hinten will ich mal hin. Aber ich glaube, ich komm da noch gar nicht hin. Oder doch? Vielleicht der irgendwann mit dem Trick. Der weiß. Noch mal ein bisschen Rostung. Aha. Okay, das ist echt groß hier, das Gebiet. Wir müssen ja zum Mars zurück. Hier brauche ich den gelben Schäden. Den finde ich irgendwo hier. Der gibt's ja hier auch irgendwo. Und ich krieg ihn auch. Du schon wieder? Komm, ich will dich betäuben. Jo, das ist so. So, Raketenlöffer. Schön. Hab ich hier nicht irgendwo... Verstärker oder sowas? Irgendwann Item? Was ist überhaupt hier? Ah, ich will mal hier komplett ganz oben gucken. Ne Rune. Wo ist der gelbe Schädel? Ach, da drin. Ah, hier ist nur ein Dämon. Noch einer. Ach komm, gehen wir nicht auf den Sick. Doch. Ja, dann noch du hier, du scheiß Höllenritter. Komm, du bist weg. Was, noch einer? Ach, komm her. Bot. Nein, nicht zwei. So, den machen wir weg. Tschüss. Wo ist der andere? Da. So, den machen wir auch weg. Tschüss. Du hier. Du hast genauso den Tod verdient. So wie die anderen. Der hat das nicht verdient. So, wo ist der? Hier ist ja noch einer. Ja. Was ist mit dir jetzt? Oh, danke. Und gib mir, was ich brauche. Ach, hier geht's weiter. Okay. Ähm, wir gucken uns nochmal ein wenig um, ob ich was finde. Nein. Hier ist... nichts. Da brauch ich den blauen Schäbel. Bisschen Modition noch mitnehmen. Schade gar nicht. So, aber... Wir müssen... Wo war das jetzt nochmal? Da. Da müssen wir lang. Oder wo hab ich das jetzt... Bitte sehr geöffnet. Hä? Wo gehst du denn weiter? Ach, da wo... Hm, ja, ja. Okay, ich hab's verstanden. Dann auch nicht. Da war doch hier noch so eine Tür, wenn ich mich nicht recht irre. Da kann ich nicht hier noch so ein Dreck. Ach, hier! Und Schädel. Gelder Schädel. Hm. Ich weiß auch wofür. Ja, ich weiß ganz genau wofür. Wir den verwenden werden. So, wo war das jetzt, was ich suche? Äh, nicht hier. Ich mach gleich mal das Fenster zu lassen. Das nervt mich da im Hintergrund. Fuck, wo war das denn nochmal? Ich weiß wo. Ich geh hier hoch. Und die Tür hier oben. Genau. So, jetzt können wir ihn durch. Also, das ist doch einer, der was erzählt, oder? Hm? Hm? Im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden, stand einer aufrecht. Die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass, fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schattenebenen, voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter. Und jene, die den Biss seiner Klinge spürten, nannten ihn den Schicksalsschlechter. Was ist bitte der Schicksalsschlechter? Schreibt das mal in die Kommentare, wer das weiß. Das finde ich interessant. So, haben wir auch. Ähm, gibt's das noch irgendwas Spannendes zum Entdecken? Ach, hier geht's weiter. Warte mal, können wir nochmal hierhin zurück und noch die ganzen anderen Räume entdecken? Außerdem. Was ist überhaupt hier? Verstehe ich auch... Ah, so kommen wir da hin, mhm, okay. Da kommen wir später nochmal hin, wenn's dem so ist. Weiß ich hier nicht direkt. Soll erstmal ein paar Dämonen killen. Da ist schon Bock drauf. Schönen Kopf abgerissen. Doch. Und tschüss. Voll brutal ist es so. Man liegt hier auf dem Boden und dann wird einem so der Kopf zertreten. Ja, irgendwie so komisch. So. Äh. Oh fuck. Komm, Höln, Höln, du gehörst mir. Sack. Und du auch. Ja, ja. Ich bin schon wieder tot. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, mal kurz eine Katze machen, weil ich mach gerade mal Fenster zu. Das geht mich gar nicht. Wenn ich da Kindergeräusche im Hintergrund höre, also das brauche ich nicht. Das finde ich immer ultra nervig. Schon mal das eine. Und das zweite. Ja. Ich brauch das nicht in meinem Video. Nee. Deshalb, ähm, bis gleich.